Musik Es ist eine Umfrage, es ist ein Spaß gewesen, Spaß gewesen. Es war keine ernste Umfrage, es war einfach nur, schau mal was rauskommt, schau mal was rauskommt. Ich habe nie damit gerechnet, dass man mit den Hater oder mit den Fans, dass da einer von beiden mehr hat. Wie gesagt, es war eigentlich nur als Spaß gedacht, eigentlich nur als Spaß gedacht, eigentlich nur als Spaß gedacht. Bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Muss ich ganz ehrlich sagen, bitte verlass uns. Wie gesagt, bitte verlass uns. Ich habe es jetzt gerade erzählt, bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Muss ich ganz ehrlich sagen, bitte verlass uns. Wie gesagt, bitte verlass uns. Bitte verlass uns. Dass dann Leute solche Spaßverderber sind und dann hergehen und ernsthaft die Umfrage manipulieren. Und dann noch schauen, wie sie manipulieren können. Ich habe selbst keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Wie gesagt, eigentlich ist das alles abgesichert gewesen. Eigentlich hätte sie gar nicht manipuliert werden können. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Muss ich ganz ehrlich sagen, bitte verlass uns. Wie gesagt, bitte verlass uns. Ich habe es jetzt gerade erzählt, bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Muss ich ganz ehrlich sagen, bitte verlass uns. Wie gesagt, bitte verlass uns. Bitte verlass uns. Ich habe es jetzt gerade erzählt, bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Muss ich ganz ehrlich sagen, bitte verlass uns. Wie gesagt, bitte verlass uns. Wie gesagt, bitte verlass uns. Bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Wenn es ein Fan war, bitte verlass uns. Bitte verlass uns Untertitelung des ZDF, 2020